Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde der Hermannentasten. Ja, hier, wir sehen unseren Gegner, wie geht er als Wehraffe. Lass uns gar nicht lange drum rum reden, lass uns einfach in den Kampf stürzen. Wir haben so ein Guckoo an unserer Seite. Wow, zurück, Wehraffenkämpfe. Anders als bei regulären Kämpfen müssen Wehraffen den Status brechbar haben, um Schaden zu nehmen. Greif an und bring die Ausdauer des Wehraffen auf 0 für den Status brechbar. Erst dann kannst du ihm Schaden zufügen. Überrasche einen Wehraffen und wirf seinen Schwanz, um seine Ausdauer stark zu schwächen. Ein Wehraffe, der im Status brechbar geworfen wird, nimmt hohen Schaden. Du hast eine Chance auf Nachsetzen. Wow, okay, lass es uns probieren. Schön, dass du so sehr an mich glaubst. Das Problem ist einfach bloß, dass sein Schwanz regelmäßig irgendwo in einem Stein versteckt ist dann. Wow. Wir müssen irgendwie an den Schwanz... Ja. Na. Wir müssen irgendwie so einen Schwanz treffen, aber es ist einfacher gesagt als getan. Wow. Warum geht er dann immer auf den Boden? So, Gugu hat ihn jetzt sehr schön abgelenkt, muss ich sagen. Aber er ist schon geil gemacht, ey. Kannst du sagen, was du willst. So ein Gugu hat jetzt auch nicht mal so viel Leben. Das macht das Ganze dann auch nicht einfacher. Wo gab es nochmal eine Übersicht? Ja, das ist der Schwanz. Okay, gut. Ich hatte gehofft, nochmal die Daten zu der Quest zu lesen, aber nein. Jetzt kann man angreifen. Jetzt bin ich beim Schwanz. Wie kann ich den greifen? Ich weiß es leider nicht. Doch, warte mal. Wie war denn das? Verdammt. Wow. Wow. Freundchen. Ich wusste nicht, dass die Unterschiede in der Kraft so viel sein würde. So. Wir müssen mal kurz was gucken. Wie war denn das nochmal mit dem Greifen gewesen? Es ist doof, wenn man das vergessen hat. So ein Scheiß. In der Komponiste steht das da. Ach du Gott. Ne, okay. Einfach weitermachen. Ich konnte ihm ja jetzt schon ein bisschen Schaden zufügen. Oh, so ein Gugu hält aber nicht mehr lange durch. Ich hoffe mal, dass wir da nicht versagen, wenn es den Gugu erwischt, ey. Weil gleich hat er ihn. Okay. Fehlgeschlagen. Fehlschlag. Gut. Dann wissen wir jetzt erstmal Bescheid. Das ist das erste Mal, dass das fehlgeschlagen ist. Neuversuch natürlich. Aber jetzt nicht von vorne, ne? Weh. Weh. Wie konnte ich denn nochmal den Schwanz greifen? Können wir das überspringen? Ja. Können wir. Gut, gut, gut. Gut. Wie war denn das, dass das hier nicht steht? Wir boxen jetzt einfach auf den einen. Ich Idiot bin natürlich auch auf die Idee gekommen, die ganze Zeit nur auf den Schwanz einzuschlagen, um den zu schwächen. Das ist natürlich nicht so hilfreich gewesen. So. Jetzt können wir jetzt. Das sieht doch jetzt schon viel besser aus. Zack, 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 zack. So läuft's doch gleich viel besser. Gohan, I'll go with you. Yes! Er ist so großartig, mit ihm zusammen zu kämpfen, einfach nur. Dann soll er das auch machen. Gleich haben wir ihn wieder. So weiter. Angriffe. Einfach angreifen. So. Und jetzt soll er das machen. Finisher. Weil ich Idiot natürlich. Ey, wie blöd. Weil ich Idiot natürlich die ganze Zeit nur auf den Schwanz geschlagen habe. Auf die kleinste Stelle, die da möglich war. Oh Mann, ey. Wie dumm. Oh, verdiente Punkte. Wir erreichen gleich unser nächstes Level. Da können wir ordentlich Punkte verteilen. Neun Punkte gleich. Weiter. Ey, wie doof. Na ja, jetzt beim zweiten Mal hat's ja viel besser geklappt. Also ich weiß nicht, was diese aussah. Also ich hab eigentlich alle Mitteilungen ausgeschaltet. Das tut mir leid. Prinzenstolz. Limitkampf. Besiege Vegeta. Na dann. Das muss man dem Spiel... Aua, 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 aua. Das muss man dem Spiel lassen. Also die Aufgaben sind sehr... Sind nicht mal fix gemacht und du hast ein paar Kämpfe. Er hat aber ordentlich Lebensenergie. Sorry, Son Guru. Ich hab ihn gerade aus einer Attacke von dir rausgelockt. Das war nicht mein Plan gewesen. Komm schon. Nein, 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 nein. Naja. Na Mist, der kann ausweichen. Nein, was setzt der jetzt ein? Konnten wir dann aufhalten? Schön an die Wand geklatscht. Ja, geil. Nein, 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 nein. Das ist nicht geil. Das ist überhaupt nicht geil. Na, das ist schon ordentlich Handtüro. Aufhalten. Nein. Da komm ich doch gerade erst her. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Fuck, 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 fuck. Sie sind langsamer. Sehe ich gerade. Nein, 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 nein. Fuck. So. Jetzt will ich hier auch mal wieder ein paar Treffer landen. Ehrlich. Wir konnten das ja nicht... Nein, 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 nein. Boah, der Sack hat's verteidigt. Da krieg ich Aggression. Das ist doch ein Bucco in Ruhe. Der verteidigt sich schon wieder. Mensch. Nein, 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 nein. Nicht blöd, oder was? So. Sehr geil. Endlich hat's mal wieder funktioniert. Wann... Wann... Krieg ich denn diesen Attribut mal weg? Also diesen negativen... Das ist nervig. Ich wollte doch ausweichen. So. Nein, 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 nein. Ach, Menno. Da freut man sich. Und dann schlägt der schon wieder zurück. Ich liebe dieses Tempo in diesen Kämpfen. Oh, so ein Bucco braucht Hilfe. Wir haben ihn gleich. Das dauert nicht mehr lange. Viel fehlt nicht mehr. Ja, ha, ha, ha. Jawohl. Ja, ha, ha. Geschafft. Rang B. Passt. Du bist nicht weggekommen! Warum stimmst du mich? Krillin, es ist okay. Was? Nächste Mal, ich werde ihn auf mein eigenes. Danke. Kein Problem, Sogoku. Jederzeit wieder. Oh. Achille, Trunks? Hello! Hello there. This is the master of the Time Nest. She's the Supreme Kai of Time, and a very important person. She manages the flow of time throughout the entire universe, keeping a close eye on history and protecting it. What the? What are you doing? Really? Just what in the heck do you think you're doing? What is your deal today? Are you using my head as a perch now? Shut up! I don't care if you're mad. I demand an apology. You're heavier than you look, you know. Hey, you wait a minute. As I said, she's a very important person. Just trust me. Oh, jeez. Um, Supreme Kai of Time? Oh, sorry. Anyhow, you must be the warrior Shinran summoned. I'm the Supreme Kai of Time. Nice to meet you. You know, she may not seem like it, but she's in quite a high position in the universe. By the way, that bird you saw just now? That's my best friend, Toki Toki. Best friend that steps on you, maybe. This is good. You guys seem quite talented. In other words, I think... Thank you very much. But sadly, until we find the cause, this is far from over. What the... What in the world is happening? Seems there are two time travelers. With strange energy. And they're messing with the flow of time. I don't know, what they're up to, but I'll tell you what. I have a bad feeling about this. A time traveling duo? Who could that be? Let's start by finding them. Let's do this. Dann tun wir das mal. Ich hab dir gut einmal kurz unterbrochen, das tut mir leid. Aber wir haben doch keine Zeit. Einzelspielerlobby. In der Einzelspielerlobby sind Soldaten anderer Spieler in Toki Toki statt als NSCs mit Namen in Gelb sichtbar. Zahle ihnen 10, um sie für deine nächste Parallelquest zu rekrutieren. Rekrutieren kannst du als Teamleiter. Öffne die Spieleinformationen des NSCs deiner Wahl und rekrutiere ihn dort. Wenn dir ein Soldat gefällt, füge ihn deinen Favoriten hinzu und rekrutiere ihn jederzeit im Favoritmenü. In der Mehrspielelobby kannst du mit anderen Online-Spielern kommunizieren, Teams bilden, kämpfen und zusammen auf Parallelquests gehen. Du kannst auch andere Spieler zu Favoritmen hinzufügen oder sie zu Kämpfen herausfordern. Du kannst jemanden über den Spieldatenbildschirm in dein Team einladen oder hinzufügen, zu Favoriten hinzufügen oder herausfordern. Und da fällt mir doch gleich mal was ein. Da muss ich doch glatt mal was ausprobieren. Da muss ich doch glatt mal was ausprobieren. Ach nein, die in Gölten waren, ne? Amura! Wir werden wohl nie vereint sein. Ja! Hey, wir sehen auch cool aus. Und es macht auch Spaß, auf uns zu reiten. Komm schon, Amura! Amura! Ja! Amura, komm schon! Komm schon, meine Süße! No, komm schon! Mann! Ach du Gott! So, wir probieren das jetzt mal hier bei Check aus. Warte mal. Level 1. Ach, die sind ja bei Level 40 schon. Und 15.000 Dollar, natürlich! Rekrutieren wir sofort! Level 5. Wie machen wir das mit dem Rekrutieren? So, jetzt erstmal hier. So, Freunde. Was haben wir hier? Also, Meteor-Crash behalten wir. Nachbilder, meine ich. Wenn du es richtig abstimmst, kannst du jeden Angriff blocken. Böser Strahlangriff. Stürme mit Kraft voraus. Auf X können wir dann trotzdem noch das Nachbild setzen. War nicht noch was? Kehrt wenn, also wir haben ein sofortiger Aufstieg. Steige schnell auf und verschwinde fast, um gegnerische Angriffe zu entgehen. Rücksprung mit Kreiseldrehung. Greif an und gewinne gleichzeitig etwas Distanz. Klingt doch besser. Gut. Attribute boosten. Jetzt haben wir 9 Punkte. Gesundheit. Ausdauer. Ähm, die Grundangriffe. Die Schläge müssen wir auch ordentlich. Ein bisschen mit Key noch sagen. Äh, doch. So ist doch okay. So. Haben wir irgendwas zur Ausrüstung? Was wir dann noch? Nö. Ah, haben wir auch nichts. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das doch erfolgreich gemeistert. Was haben wir denn hier noch so alles? Was können wir denn hier noch machen? Stolz stehen. Das haben wir sehr gut gemacht. Wir können sehr stolz auf uns sein. Wir haben zwar einmal kurz versagt, aber auch nur, weil wir auf den Schwanz gegangen sind. Ha. Warte kurz. Ich wiederhole nochmal. Weil wir auf den Schwanz gegangen sind. Ja, sorry, Tanto. Jedenfalls danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Dragon Ball Cineverse.